Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich wollte gerade sagen, da sieht noch Distraction aus. Jetzt ist sie wieder schön dran, man sieht es auch an den Beinen. Wieder Untergrund wechseln. Der Geruchspool habe ihn wieder gelassen. Ich habe ihn stehen lassen. Einfach nicht reagieren, nur die Leine wieder aufnehmen. Das war der Geruchspool. Der Geruchspool. Nicht laufen. Der Geruchspool. Der Geruchspool. Der Geruchspool. Der Geruchspool. Der Geruchspool. Der Geruchspool. Sie nimmt ihn weg. Also Pia, ich will dir helfen, du hast da kein Schilverhalten mehr, was könnte passiert sein, denk an den Hund und woher du gekommen bist, du kannst hier noch ein bisschen Ausarbeit lassen, aber man sieht, sie ist nicht mehr so, da, nichts, das war super, das ist hier nicht rennen jetzt, nicht rennen Stopp Also ich bin nicht sicher, dass er da ist, aber ich will einfach nur sicher sein, dass wir ihn nicht verpassen nicht alles geben nicht nicht Vielen Dank.